Vergessen Sie Stechbeitel oder Bohrmaschine zum Bearbeiten Ihrer Gipsmodelle. Es gibt etwas viel, viel Besseres. Das Motorschnittsgerät MOS stellt diese Werkzeuge beim Arbeiten mit Gips ganz locker in den Schatten. Aber nicht nur Gips lässt sich optimal mit unserem MOS bearbeiten. Ideal auch zur Verwendung zum Schnitzen von Halsplastiken, zum Renovieren und Bearbeiten von Möbeln, zum Aufarbeiten von Antiquitäten, für Linol-Schnitte, zum feinen Farbentfernen und, wie eingangs schon erwähnt, für die Bearbeitung von Gipsmodellen. Drei Schnitzmesser gehören zum Lieferumfang dazu. Ein U-Form, ein V-Form und ein flaches Messer werden mitgeliefert. Lange Lebensdauer und höchste Verschleißarmut ist durch das Herstellverfahren garantiert. Die Messer werden aus Bimetall gefertigt. Das ergibt optimale Härte und trotzdem Elastizität. Natürlich werden die Messer auch als Zubehör angeboten. Es gibt sie sogar als Satz mit insgesamt fünf verschiedenen Messerprofilen. Und damit sie lange mit dem Gerät Freude haben, war uns bei der Konstruktion und der Fertigung nur das Beste gut genug. Ein robustes Hubgetriebe im massiven Alu-Druck-Gussgehäuse leitet die Kraft des Antriebs zu den Schnitzmessern in bester japanischer Qualität. Beim Antrieb selbst handelt es sich um einen sehr hochwertigen und für höchste Laufruhe sorgfältig fein gewuchteten Spezial-Gleichstrommotor mit langer Lebensdauer. Und sind die Messer einmal stumpf geworden? Kein Problem. Mit unserem Multiform-Abziehstein sind die Messer Flux wieder geschafft. Der Wechsel ist buchstäblich im Handumdrehen passiert. Einfach die Überwurfmutter aufdrehen, altes Schnitzmesser entnehmen, neues einsetzen und mit der Überwurfmutter festdrehen. Zuverlässig geführt wird das Messer durch den Formschluss mit dem geschlitzten Wellenende. Um ein Werkstück zum Fertigschnitzen in Form zu bekommen und den Rohling aus einem größeren Stück herauszuarbeiten, lassen sich natürlich auch jede Menge weitere Geräte aus unserem Programm benutzen. Eine Alternative für Besitzer des Langhalswinkelschleifers LWS ist die Wolfram Carbid Raspelscheibe. Der Materialabtrag ist schier unglaublich. Und zum Nacharbeiten des fertigen Kunstwerks ist man mit unseren Bandschleifern BSL 220E oder dem Blockbandschleifer BBSS ebenfalls bestens aufgehoben. Proxxon. Geräte mit Charakter.